einen wunderschönen guten abend und willkommen zu einer neuen episode cry of fear wir haben jetzt genau zwei uhr sieben in der nacht und tag aufnehmen wäre ja auch zu normal das kann ja jeder eigentlich hier ist alles dunkel und ich habe keine lust weiter zu machen ich will nicht ich hab ich habe also die überwindung des hinsetzens und aufnehmen ist immer so schlimm wenn ich einmal spiele ist es okay aber dieser moment wo ich denke jetzt muss er aufnehmen jetzt geht es weiter das ist katastrophal katastrophal apropos katastrophal sind der kanalisation und ich kann schon ahnen was uns hier erwartet genau so was er trifft mich nicht mit einer die zunge von ihm oder trifft aber ordentlich haben wir noch ein wir haben keine auch wir haben keine energie mehr und ein noch einer ja zu uns zu gern zu gern ja ja ich will gerne die polizei mit meinem knüppel noch einer ja klar ja das ist echt schwierig gerade scheiße lass es das gewesen sein mitte lasst es das gewesen sein munition haben wir auch nicht mehr nein wir haben gar nichts mehr ja geil das ist auch geil was ist denn das messer vielleicht besser oder so nicht nach scheiße ich weiß nicht das besser ist können wir hier runter können wir hier oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein oh Gott oh Gott oh nein oh Gott das wird nix das wird nix fuck 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 wir haben es gerade so überlegt da haben die sich gerade selber geschlagen oder so oh Mann ey wenigstens wenigstens Action finde ich gut Hauptsache Hauptsache kein kein Harre Gott ich schwanke ich wanke schon auf meinen Beinen bitte lass dich noch ein kommen das war es oder ja oh Gott ich kann nicht mehr aua ich kann nicht mehr nein 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 scheiße was soll das denn Mann ja also es lässt auch die alles lässt nach dann irgendwann fuck ich hab mich zweimal getroffen komm jetzt bashen wir mal alle weg so aua ja komm wir bashen jetzt alle weg der nächste bitte so weit aus beim Horrorspiel ein Gemetzel ja genau so muss es laufen komm jetzt bin ich hier in 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 Rage komm wir haben wir auch noch fertig hier wo ist der andere hier seid ihr zwei ne kommt schon ja schlagt euch mal schön selber so wie eben das fände ich sehr cool er ist einfach so tot gegangen ja komm schon ohne dass sein dass sein sein liebes äh spielzeug da ähm sein ja ne ich weiß schon was ich meine sein liebes spielzeug letzte na 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 und zack so oh Leute wir haben es geschafft wir haben es geschafft okay wir haben kaum Energie und hoffentlich ich finde es zum Teil ein bisschen zu viel Action Licht nein schaut euch das an Licht oh nein ich komme ja nicht raus ich kann ahnen was hier im Wasser auf uns lauert bitte nicht was ein operationstisch ok 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 sieht was wie sieht was zu genähtes aus ne etwas zu genähtes etwas nein bitte keine Monster ich hab kaum noch Leben oh fuck ich hab kaum noch Leben und ich will nicht alles normal machen ok ok wir haben zwei lange Gänge welchen sollen wir gehen der ist verlockener weil der länger ist ähm aber wenn mein wenn mein Gefühl sagt ich soll da lang gehen dann gehe ich lieber hier lang denn da ist dann meistens nix oh Gott ey jetzt hab ich wieder Angst jetzt hätte ich lieber gerne ein bisschen Gemetzel oh oh jetzt hab ich nochmal mega erschrocken Leute es ist nicht zu fassen wir haben mich schon tausendmal überrascht ne aber sie schreiten mich aufs Neue jedes Mal neu und ich kann kaum noch laufen nein es darf keiner mehr kommen bitte es darf keiner mehr kommen wenn noch einer kommt dann dann haben wir verloren bitte kann ich auch schon dich harten Schlag machen wow was nein nein ich kann nicht mehr lass mich ich kann nicht mehr lass mich ich will nicht ich will doch nicht lass mich lass mich ich will versuchen zu schlagen und dann weg zu gehen aber es klingt mir nicht wow es ist mir gelungen wow wow nein 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 es ist nicht zu fassen das darf nicht was hallo warte was ich laufe was ich laufe ich bin ganz permanent nach rechts gelaufen das kann nicht sein ich brauche Energie wir müssen versuchen keinen Treffer einzustecken ja so natürlich so klappt das natürlich wunderbar so klappt das 1a so ist das richtig komm ich las noch mal neu so nochmal komm so den ersten mitgeben zweites mitgeben oh fuck ja da trifft er uns hart so da ist der nächste oh der holt seinen Löffel gleich wieder raus komm schon ja perfekt das war gut das war auch gut komm schon ja gib ihm oh Gott jetzt mal einmal draufhauen und da ist er down da ist er tot so weiter geht's ja vor diesen 2 habe ich ein bisschen Schiss fuck natürlich vollkommen daneben oh fuck ich muss einfach kurz weg nein oh fuck ja sieht aber ganz gut aus noch sieht aber noch ganz gut aus ja es sieht gut aus fuck 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 aber mit dem habe ich jetzt ein bisschen zu kämpfen okay aber alles cool alles noch cool da kommt der letzte ja komm her ja in die Fresse sorry für meine nicht Horror Ausdrucksweise gerade ich bin gerade ein bisschen in Rage Mode irgendwie weil er mich jetzt gerade ziemlich ankotzt hier alles noch von vorne machen zu müssen na komm schon hier runter so ihr ganzen Luder wo seid ihr wo versteckt ihr euch na geht's auf die Fresse ja wow ja perfekt perfekt oh oh das war gar nicht so perfekt scheiße der hat mir wieder ordentlich eingesteckt äh eingeschenkt nicht eingesteckt eingesteckt war schön oh es wird ganz knapp wieder es wird ganz knapp wieder ich kann wieder kaum laufen aua oh du hast es wird nichts mehr glaube ich weil es wird nichts mehr weg was macht er denn für Andale oh weg jetzt nein 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 es ist nicht zu fassen ah ja komm schon ey es kann nicht sein ne fuck da gibt er mir ordentlich einen mit schön ist er weg komm schon fuck 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 der war der war gut komm schon oh nein ey man das sieht nicht gut aus ich hab aber liegt hier nicht irgendwo ne verdammte Spritze rum oder so ich schau mal mit allen Ecken nach geht hier nicht vielleicht irgendwas rum oder ich oder nur ne Spritze scheiße ey komm ich rushe jetzt mal durch oder auch nicht wow okay sorry dafür äh ich hab null Energie gerade irgendwie okay hier wieder ja sorry fürs Deutsch-Russian aber meine Güte ja ähm ich hab ich hab gar keine Sprint Energie mehr ja so Radio inside okay ah da kommt die Energie langsam wieder so und nun kommt die Stunde der Wahrheit mit dem sollten wir erstmal kein Problem haben oh fuck er schenkt er uns wieder ordentlich ein das kann doch nicht sein ey aber der ist schon tot geil komm den holen wir uns auch hier komm her fuck ja komm das sieht gut aus das sieht gut aus ja oh 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 schön aber wir sind auch angeschlagen jetzt gerade ja ich weiß ich weiß Kollege ich weiß wenn noch jemand jetzt kommt müssen wir weglaufen oh fuck raus geh raus ich hab jetzt nicht mehr auf irgendwas achten können leider geh nochmal kurz zurück bitte lass hier oh okay ich geh doch lieber wieder hier rein so erstmal sind wir gerettet ich hoffe mal dass jetzt auch nichts weiter mehr schlimmes passieren wird und wir jetzt mal schleunigst so eine Spritze bekommen sollten ähm erschreckt mich bitte zu Tode aber gebt mir eine Spritze gebt mir eine Spritze ich möchte ihr könnt machen mit mir was ihr wollt ja äh E hab ich doch gedrückt okay das wird jetzt ein harter Moment hier erstmal rüber zu gucken okay wir sind oh nein warum erinnert mich das an Slender jetzt gerade oh nein es ist nur irgendwo eine Spritze geben ja halt durch halte durch mehr verlange ich nicht von dir oh erinnert mich gerade sehr an Slender nur zum Glück haben wir oben offen das ist schon mal was schönes ja mach keine Geräusche bitte ich denke immer das ist ein Gegner scheiß ich kann mich kaum bewegen könnte auch ein besoffener sein gerade der gerade nach Hause kommt von einer Party wo muss ich wo muss ich lang wo muss ich lang würde auch passen wäre mir sogar lieber betrunken zu sein als von Monstern umgeben aber ich glaube da ist die Entscheidung nicht allzu schwer die zu fällen was denn lieber wäre jetzt hier irgendwo etwas es sieht gerade noch relativ safe aus so safe dass ich mich auch schon wieder etwas schneller an alle Sachen ran pürsche aber ich sollte alles mit Vorsicht genießen okay okay hallo ah komm mir nicht durch oh nein nein ist ernsthaft ich muss wieder rein ist da was liegen wir wollten mir jetzt ernsthaft sagen ich muss wieder in die kanalisation wollte mir das ernsthaft oh Gott was habe ich getan was habe ich getan wisst ihr was so geht es ja auch tschüss wow wieder weg ich kann nicht mehr ich kann nichts mehr machen gerade aber jumpen kann er immer noch wie nur eins wie ein kaninchen geht kaputt ja Leute sorry aber es ist mir jetzt echt zu doof hier nochmal alles zu machen oder mich nochmal hier durchzuwurschteln ich bin ich habe mich doof angestellt gerade das kann man nicht anders sagen so hier war noch alles safe die müssen wir noch töten auf jeden Fall wenigstens etwas müssen wir auch noch leisten um ans Ziel zu kommen oder so der erste komm du wolltest auch noch Ärger haben mit mir mit der Polizei der macht mich ordentlich fertig der macht mich ordentlich fertig da ist er tot so und rein da wunderbar okay ja so kann es auch gehen man kann es auch durchrushen aber natürlich nur weil ich weiß was passiert das ist alles ähm das wird nie wieder so vorkommen was auch schön wäre wenn sich so ein paar Ereignisse vielleicht verändern würden nachdem man gestorben ist oder so dass man jetzt nicht allzu sehr weiß okay da ist die eine Person da ist die andere Person und äh so geht man lettern runter liebe Leute so macht man das und nicht anders so okay und hier oh sieht ja richtig schön aus hier unten jetzt willkommen bei Slender The Arrival Part 3 oh man seine Pfütze Baustrahler und ein Speicherungsmagnet Tape Dingens ich mach hier also ne ihr wisst schon was ich meine ein Tonbandgerät hier kann ich aufzeichnen ich war hier und äh dann wenn ich sterbe komm ich da wieder hin weil das so ist so wir laden kurz nach aber das war doof von mir ich lade kurz so nach einmal so wer will auf die Fresse ist aufgefallen dass es so stimmungstechnisch irgendwie immer was anderes ist bei mir bei Cry of Fear manchmal da hab ich Angst und hab Schiss so langsam gewöhne ich mich an was Spiel und an die Schockmomente und es wird ein bisschen ähm ich lockere mich ein bisschen auf mit meiner Pistole in der Hand geht's mir gut ok wow fuck 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 oh nein alter ich kann die nicht angucken ich kann die nicht angucken ok ok ich nehme alles zurück was ich jemals gesagt habe grad eben alles mir geht's mir geht's grad so schlecht mir geht's grad so schlecht ich mir ist kalt am ganzen Körper ich hab mich grad so mega erschrocken ey unfassbar es war aber ja es ist schön gewesen boah ich ich bin ich bin grad echt ähm in äh also starr ich kann mich grad echt nicht bewegen es war grad echt ein Schockmoment für mich so als ob es im richtigen Leben gewesen wäre krass so fühlt sich also ein Schockmoment an hab ich noch nie gehabt sowas das war der erste jetzt boah Leute ich bin fertig ey schockt ich bin ein Schock tiempo ich bin schockt ich bin